Rechte Erkenntnis Wenn uns nicht bewusst ist, dass wir gerade leiden, können wir auch nicht erforschen, weswegen wir leiden. Erst durch Erkenntnis erhalten wir die Chance, unser Leben zum Positiven hin zu verändern. Kennen Sie den Postkartenspruch, ich habe zwar keine Lösung, bewundere aber das Problem? Sehr wahrscheinlich haben auch Sie schon lange Gespräche mit Freunden oder Freundinnen über Probleme mit den Kindern, dem Partner, der Arbeit, dem Gewicht geführt. Irgendetwas stört uns immer. Nichts ist hundertprozentig perfekt. Wir ärgern uns, dass wir Schmerzen haben, regen uns auf, dass wir zu viel arbeiten müssen oder dass es heute schon wieder regnet, obwohl doch schon der Sommer so miserabel war. Alles in allem leiden wir darunter, dass wir leiden. Um aus dem Schlamassel herauszufinden, brauchen wir die rechte Erkenntnis. Sie ist der Beginn, um unser Leben zu optimieren. Was heißt Erleuchtung? Also, es werden keine Engelschöre ein Lied anstimmen, wenn es soweit ist. Erleuchtung ist etwas ganz Alltägliches. Wir erleben es zum Beispiel immer dann, wenn wir das Licht anschalten. Der Raum, der vorher im Dunkeln gelegen hat, wird nun sichtbar. Genauso verhält es sich mit unserem geistigen Prozess. Etwas, das wir vorher nicht gesehen haben, wird durch Erkenntnis und Übung sichtbar. Und zwar so, wie es wirklich ist. Und nicht, wie wir denken, dass es ist. Wir leiden und haben Angst, weil wir nicht erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Wir interpretieren und mutmaßen, steigern uns in Dramen hinein, verstricken uns, reißen andere noch mit in unser Dilemma, in der Hoffnung, dass es uns dann besser geht. Stattdessen leiden wir noch mehr. Und dann fangen wir an, achtsam zu sein. Wir meditieren und lernen, uns zu sammeln. Wir schauen genau hin, erkennen die wahre Natur der Dinge und Heureka! Das Drama hat keinen Nährboden mehr. Wir reagieren angemessener. Es tut alles immer weniger weh. Und das einfach so. Ohne weitere Anstrengung. Von der vollen Erleuchtung spricht man, wenn man überhaupt nicht mehr Enttäuschungen, Anhaftung und Ablehnung und die damit verbundenen Störemotionen wie Wut, Angst, Verlangen etc. zurückfällt. Und der Geist dauerhaft in jeder Situation stabil, frei und offen ist. Keine Sorge, sie werden nicht zu einem unemotionalen Neutrum. Nur das Leid, das sie immer mehr oder weniger quält, ist verschwunden. Stattdessen wachsen Freude, Liebe, Mitgefühl und Glück. Bei den folgenden Selbstbeobachtungsübungen geht es darum, dass sie sich ihr Leid und den Prozess der Leid auslöst in ihrem Leben bewusst machen. Es geht dabei um eine Bestandsaufnahme, die ihnen helfen wird, langfristig einen Weg aus Unzufriedenheit und Unglücklichsein zu finden. Ablehnung und Zuneigung erkennen. Beobachten Sie sich heute immer mal wieder zwischendurch und achten Sie darauf, ob Sie auf das, was gerade geschieht, mit Ablehnung, Abwehr oder Zuneigung, Anhaftung reagieren. Wenn Sie zum Beispiel in der U-Bahn sitzen, sehen Sie sich um. Vielleicht telefoniert ein Mann hinter Ihnen und Sie sagen sich, das Gerede ist viel zu laut, das ist schrecklich. Zwei Mädchen sitzen beisammen und kichern um die Wette. Sie sagen sich, oh wie süß, die Fröhlichkeit der beiden gefällt mir total gut. Halten Sie auf diese Weise, wo immer Sie sind, kurz inne und werden Sie sich bewusst, dass Sie gerade etwas toll finden oder schrecklich, hübsch oder hässlich, niedlich oder abstoßend, dass Sie also gerade auf etwas in dieser bewertenden Form reagieren. Vielleicht können Sie dabei auch beobachten, wie in Ihnen der Impuls auftaucht, das, was Sie erleben, zu bekämpfen, zu ändern. Oder Sie fühlen den Drang, sich das, was Sie gerade erblicken, anzueignen, zum Beispiel etwas Leckeres sofort zu verschlingen oder etwas Reizvolles auf der Stelle zu kaufen. Es geht nur darum, es zu bemerken. Sie brauchen noch nichts zu verändern. Dann experimentieren Sie einfach damit, den Handlungsimpuls lediglich wahrzunehmen und erst einmal abzuwarten. Das befreit Sie aus dem Zwang, automatisch auf etwas zu reagieren. Mit der Zeit können Sie mit Ihren Handlungsimpulsen kontrollierter umgehen. Vergänglichkeit und Anhaftung Kaum kreuzt etwas unseren Weg, das wir attraktiv, angenehm, ästhetisch, niedlich oder einfach hinreißend finden, reagieren die meisten von uns wie noch vor Urzeiten, als Jäger und Sammler. Die wenigsten können sich an dem, was sie sehen, nur erfreuen. Meistens schlägt die Anhaftung zu und wir bleiben an einer Situation, einer Person oder einem Gegenstand regelrecht kleben. Mal in Gedanken und mal, indem wir das Objekt der Begierde zu unserem Eigentum machen. So finden sich unzählige T-Shirts, Schuhe, Zeitungen, Bücher, Schrauben, Telefonnummern, CDs und sofort in unserem Besitz. Fotos und Videos werden gemacht, um das eigene Leben oder auch die ersten Schrittchen unseres Nachwuchses zu konservieren. Wie reagieren Sie, wenn etwas Schönes in Ihrem Leben passiert? Können Sie es einfach genießen oder versuchen Sie, den Abschied hinaus zu zögern oder das Schöne zu konservieren? Bemerken Sie, wie sehr Sie an den Dingen hängen und was es in Ihnen auslöst, wenn Sie daran denken, dass das Schöne, das Sie gerade erleben, vorbeigehen wird. Lassen Sie das Gefühl von Trauer, von Angst, das mit diesem Bewusstwerden auftaucht, ruhig zu. Steigern Sie sich aber nicht in Ihre Besorgnis hinein. Achten Sie darauf, ruhig weiterzuatmen und sagen Sie sich, so empfinde ich, jetzt gerade, so ist es. Dann wenden Sie sich Ihren Alltagsaufgaben zu, bis zum nächsten kurzen Nachspüren. Anhaftung und Ablehnung kommen in unserem Leben meist in Form von Stress daher. Sobald wir etwas nicht gut finden, reagiert unser Körper mit der Ausschüttung von Stresshormonen, da unser Organismus nicht unterscheiden kann, ob es sich um eine tatsächliche oder nur eingebildete bedrohliche Situation handelt. Und so erleben wir unser Leben manchmal als Kampf, da nichts so läuft, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Wir uns permanent angegriffen fühlen und sogar unter Angst leiden, dass wir etwas nicht hinkriegen, ausgeliefert sind, keine Kontrolle haben, versagen oder einfach das Leben nicht mehr in sichere Bahnen gelenkt bekommen. Das ist Leid pur. Für die folgende Übung sollten Sie sich ein paar Minuten Bewusstzeit nehmen und über Ihre aktuelle Situation nachdenken. Sei es bei einem Spaziergang oder in dem Sie einfach nur auf dem Sofa sitzen. Schaffen Sie sich ein Bewusstsein für Ihre Situation? Kämpfen Sie gerade in Ihrem Leben? Wenn ja, was ist die Ursache? Wovor haben Sie aktuell Angst? Was bereitet Ihnen schlaflose Nächte? Was wollen Sie in Ihrem Leben haben? Kriegen es aber nicht. Und wenn doch, zu welchem Preis? Was versuchen Sie gerade loszuwerden? Was löst das alles in der jeweiligen Situation für Gefühle und Reaktionen in Ihnen aus? Machen Sie sich nichts vor. Glauben Sie, dass Sie der Vergänglichkeit ein Schnippchen schlagen können und sich nur richtig zu ernähren, ausreichend Sport zu treiben und die geeignete Gesichtscreme zu benutzen brauchen, damit die Vergänglichkeit Ihren Körper meidet? Meinen Sie, dass Sie immer nur das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen brauchen, nur den geeigneten Einsatz im Job und auch in der Beziehung an den Tag legen müssen, damit der Job sicher ist und Ihr Partner bei Ihnen bleibt? Bis zu einem gewissen Grad mag das funktionieren. Doch vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass Sie, trotz aller Bemühungen, sich richtig zu verhalten, die Vergänglichkeit und Lebensveränderung weder vorhersehen noch verhindern konnten. Unser Leid steckt nicht in der Vergänglichkeit an sich, sondern in unserer Erwartung, dass alles beständig ist. Kommen Sie nun Ihren eigenen Täuschungen über die Beständigkeit auf die Spur. Beobachten Sie sich heute immer mal wieder zwischendurch und bemerken Sie, wenn Sie sich etwas vormachen und sich dauerhaftes zufriedenstellendes Glück von vergänglichen, flüchtigen Dingen und Situationen erhoffen. Vielleicht ertappen Sie sich dabei, dass Sie frustriert sind und Ihr Glück durch Online-Shopping wiederherstellen wollen oder indem Sie gerade den Kühlschrank plündern. Erst mögen Sie Befriedigung oder auch Freude spüren. Doch bleibt dies dauerhaft? Bemerken Sie den schalen Geschmack, wenn ein paar Stunden vergangen sind und die Freude über das Online-Shopping veräppt ist bzw. der Inhalt des Kühlschranks schmerzhaft verdaut werden muss. All dies erzeugt Leid statt Glück. Achten Sie auf schmerzhafte Gefühle wie Enttäuschung oder Ärger darüber, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sich das vorgestellt haben, statt sie durch Aktionen zu übertünchen. Buddha hat einmal gesagt, wenn du wissen willst, wie dein Leben in Zukunft wird, dann schau auf die Handlungen, die du heute ausführst. Was geschieht, wenn Sie etwas gesagt oder getan haben, das heilsam war? Haben Sie es von ganzem Herzen gut gemeint? Wollten Sie helfen? Freude und Glück teilen? Was für körperliche Regung spüren Sie? Wie fühlen Sie sich unmittelbar danach? Wie geht es Ihnen später? Und wie reagiert Ihr Umfeld? Was passiert, wenn das, was Sie taten, unheilsam war? Sie jemanden geschadet haben? Werden Sie sich darüber bewusst, welche Motivation Ihren Handlungen zugrunde liegt? Wollten Sie sich vielleicht bewusst an jemanden rächen oder jemanden den Tag verderben? Wollten Sie sich selbst aufwerten, indem Sie anderen niedermachen? Es geht nicht darum zu bewerten, sondern nur darum, es überhaupt wahrzunehmen. Rechte Gesinnung Dieser Schritt auf dem achtfachen Pfad beinhaltet gleich drei Aspekte. Das rechte Denken, die rechte Motivation und die rechte innere Haltung. In unangenehmen Situationen können wir uns, statt uns in hochemotionale Kämpfe zu verstricken und die Situation unnötig zu verschlimmern, einfach entspannen. Denn wir brauchen nichts weiter zu tun, als sie sich selbst zu überlassen. Früher oder später wird schließlich auch die schwierigste Situation vorbeigehen. In angenehmen Situationen ist es ebenso hilfreich, sich ihrer grundlegenden Vergänglichkeit bewusst zu sein und diese von Herzen anzunehmen. Das schützt uns davor, enttäuscht zu werden und darunter zu leiden, wenn etwas zu Ende geht. Die berühmte Gelassenheit, die viele Menschen bei buddhistischen Lehrern so faszinierend finden, ist ein Resultat aus diesem Lassen. Wir lösen uns durch diese Entsagung nach und nach von all unseren emotionalen Verstrickungen, aus unseren Dramen und Vorstellungen davon, wer wir sind und aus allen damit einhergehenden Prozessen von Selbstschutz, Wundenlecken, Verteidigung und Angriff. Schlicht aus unserem kompletten Leid- und Dramaprozess. Auf dem buddhistischen Weg erwächst mit der Zeit die Fähigkeit, wirklich zu lieben und liebevoll, mitfühlend, weise, großzügig und freundlich in der Welt zu wirken. Sich der Vergänglichkeit bewusst werden Setzen Sie sich auf eine Bank oder in ein Café an einer belebten Straße. Beobachten Sie, wie der Verkehr an Ihnen vorüberfließt. Menschen an Ihnen vorbeilaufen, Geräusche kommen und gehen, sich vielleicht sogar das Wetter verändert. Bemerken Sie, ob Sie irgendwo kleben bleiben. Vielleicht, weil Ihnen ein Auto gefällt oder eine Person, die vorübergeht. Und lösen Sie sich sofort wieder davon, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit davon abziehen und sich wieder dem Gesamtgeschehen zuwenden. Es ist nicht immer leicht, offen zu bleiben, wenn uns jemand zusetzt. Normalerweise reagieren wir mit Abwehr, wenn uns jemand nervt oder werden sogar richtig wütend. Das Gegenmittel ist die Übung in Mitgefühl und Lieben der Güte. Setzen Sie sich dafür an einen ruhigen Ort. Machen Sie es sich bequem und atmen Sie erst ein paar Mal ein und aus, um zur Ruhe zu kommen. Dann konzentrieren Sie sich auf Ihre Herzregion und werden Sie sich bewusst, worunter Sie leiden. Lassen Sie es zu. Fühlen Sie den Schmerz. Sie bekommen ein Gefühl dafür, wie andere Menschen sich fühlen, wenn es ihnen schlecht geht. Das ist Ihre Basis für wirkliches Mitgefühl. Ihr eigenes verwundetes Herz. Und genau so, wie Sie sich wünschen, frei von Leid zu sein, wünschen sich das auch andere. Aus diesem Wunsch heraus, dass Ihr Leid ein Ende haben möge, beginnen Sie Wünsche auszusprechen. Möge ich glücklich sein. Möge ich gelassen sein. Möge ich wirkliche Freude erfahren. Möge ich in Sicherheit und Frieden leben. Möge ich frei sein von Verletzungen, Angst und Leid. Möge ich gesund und kraftvoll sein. Wünschen Sie, was immer Ihnen einfällt und stimmig erscheint. Üben Sie das eine Woche, jeden Tag, nur so für fünf bis zehn Minuten. Möge ich in licence, nicht in succeed, wenn Sie mich nur so für fünf bis zehn Minuten. Möge ich dictatorship. Und jetzt bleiben Sie versuche, mir.